Musik So meine Freunde, ich bin's wieder, euer Pupika und willkommen MyWatchGeek und heute mal hier mit einer HD-Kamera von Logitech Warum ich das mache? Das Ganze, da hinten seht ihr ja meine Canon Das ist einfach jetzt besser zu filmen, was ich jetzt machen werde Und ich würde mal sagen, wir schnappen uns einfach die Rocky Mountain Marshmallows, meine Freunde Frutti, frutti, frutti ist es Wir nehmen ein, wir nehmen zwei Wir nehmen drei Drei Wir nehmen vier Ich kann keine Verrückenwege Mal gucken, wie ich das reinkriege Fünf Dach Siegen Bist man Ich nie Ich Ich Dimmst du? Dimmst du? Dimmst du? Dimmst du? Ich schreibe es noch. Und was noch für die Karte ist heute? Dimmst du? Ich möchte nochmal ein Nasser geben. Dimmst du? Dimmst du? Hörnl, hörnl, hörnl. Wählst du, hörnl. Ein putting, glaubst du. Änh, öh, 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 öh. Taurem, daurem, hau unterstehendl. Leichte Wicht, müsstet ihr nachschieben. Oh, ey, du kannst doch reden, ey, zwei Hauer, die zergehen im Mund wie nischt, ey. Ich hätte eine mehr an die Krisch gepachen, aber ich traue es ja auch. Expressfreunde, ein Pw, da ist wo meine Hand drin. Da gucken sie doch so. Nein, ich darf so voll die Hunde rein, als gar nicht vor sein. Der kommt in die Scheiße in. Was ist denn? Keine Ahnung, was ist denn da immer? Ich sehe nur nicht, ey. Ich darf so voll die Sparschen. Das war ja, was man ja ganz ganz klein in den Mund haben. Da bin ich gerade auf mich. Ja, ich stehe nur. Du! 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 Ich hab' keine Machtmöhe! Ich hab' keine Machtmöhe mehr! Das ist reichlich! Nee! Da küsst es! Na, endlich! Denk ein Arm! Neee! Das ist ein Zeinfeld! Beide! Da hab' ich das, ey! Als XP! Da ist mir noch einer! Nee! Ey, Freunde, wir gehen die Marshmallow! Ich hab' keine Marshmallow mehr! Ich darf die nicht kauen! Das ist schon scheiße! Aber so fallen wir fast aus'n Mund! So, Freunde, also... Ich hab' das jetzt hier mal so eingespielt, ne? Und, ähm... Wenn ihr mehr davon sehen wollt, äh... Schreibt's mir bitte in die Kommentare! Ähm... Also, ich... Ich muss mich selber beäumeln! Weil... Wo ich das gesehen hab' grad' jetzt nochmal! Und, ähm... Ja, wär' auf jeden Fall fett, wenn's, äh... Euch gefallen hat! Und, äh... Ja, der Spaß war's mir auf jeden Fall wert! Ich hab' hier noch Marshmallow, äh... Dran! Ich hab' jetzt noch Marshmallow-Creme! Aber das geht zu... Das ist zu krass, glaub' ich! Das, äh... Äh... Da kann ich morgen zum Zahnarzt gehen! Aber sofort, ne? Ähm... Mich wird's auf jeden Fall freuen, wenn's euch gefallen hat! Und, ähm... Ja! Schreibt's mir, wie gesagt, in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt! Und, äh... Ja! 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 Dring! Das ist wie loader! Dring! Du? Das kann das auch remember Television. Das machen!